So, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge Minecraft mit, äh, Daddy und? Und? Ja. Ja, Biggie. Ja, sag's ruhig. Okay. Warum, die wissen so auch. Wir können weitermachen. Denn, äh, ja. Kurz zur Orientierungsphase. Äh. Wart war? Achso, Wüstung. Du musst Wüstung. Nein. Mach doch mal, Wüstung. Wir haben's nachts. Wir haben's nachts. Machst du an oder hast du nicht an? Natürlich ist an. Er sieht so was von der andere. Oder so ähnlich. Na ja, okay. So sieht doch ganz gut aus. Oh, da will einer schlafen. Ich glaube, du bist ein paar Jahre alt. Überall. Das ist ja so, aber das ist schon der Grund. Der Kuss. Der Kuss ist in der Hölle. Und? Ich bin's. Der Kuss. Der Kuss ist in der Hölle. Ich bin's. Die Kuss ist in der Hölle. mit nicht wirklich oder du bist nicht wirklich schon wieder in der Höhle ich nicht nehmt wir sollten mal langsam aber sicher um und sein erster Portal da habe ich mich schon eingemacht Kacke was denn was hast du dir gemacht na sohn hier und denkt so ein hier so ein Dienstbums so ein Zaubertisch oder was ein Zaubertisch leck mir doch die Eier wie heißt denn der jetzt frag ich immer noch nicht weiß was du meinst ich kann nicht sagen wie er auf englisch heißt aber ja dann sagst du ach hier ach hier ach hier so ein so ein Ding so was der Schmied immer hat wie heißt denn der nochmal der Schmied ne Amboss was man jetzt hier aufbauen kann diesen nicht Hufeisen Amboss Amboss mit was Amboss Amboss ok ich flüster es Amboss naja scheiße ja da war noch was ja da war noch was hast du jetzt ja warte warm da war ich mir hat sich mir aber schon eingebaut ah ok das passiert schon mal was wollte ich jetzt das ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte ich hätte 38 890 Kohle habe ich noch nicht brauche ich einen Zaubertisch wir haben aber schon sehr schön aber buch habe ich noch nicht habe ich mich? nein ich habe nicht ich habe auch nicht scheiße schluss da wird mir zwei, warum? Aaaaaaah! Heine doch nicht so! doch! Mann ey! Heine! ja doch Ach man! Ja sag ich doch! Ist doch meine Quatsche die ganze Zeit! Ach man! Mann! Fuuu! Ja fuju! Fuuu! 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 Hau ist selber! Nein mache ich nicht! noch und nicht! Wohin wohin! Wohin wohin! Wir hatten einen Erfahrung! Gibt es mir? Ach, die habe ich jetzt. Ja, der wird siebzehn. So. Ah, ich wollte nicht gespeichern. Ein paar mehr gespeichern. Weil ich gehe durch Diamantensuche. Oh, welch ist das schon ein Diamantenschwert? Was du gehst auf Diamantensuche? Warum? Nee, warum nicht? Ich brauche einen. Ich brauche noch ein paar Diamanten. Ah, hast du noch nicht genug? Du kriegst die immer. Das ist immer noch übrig und die Rüstung und das Schwert habe ich schon in den Tisch. Aber trotzdem, ich brauche noch ein paar mehr. Irgendwann die Rüstung kaputt. Äh, hallo, du hast schon eine Diamantrüstung? Nee, war. Den brauche ich. Den brauche ich. Du hast jetzt nicht wirklich gesagt, dass du eine Diamantrüstung hast, oder? Sondern ich was? Du hast nicht wirklich gesagt, dass du schon eine Diamantrüstung hast. Ja. Rüstensuche. Arsch. Eine komplette Dierrüstung. Ah, genau, den wollte ich. Okay. Ja, den... Ich habe nicht gesagt, ich habe schon großen Rucksack. Äh, ja. Nichts, sagst du nicht, aber du hast mir einen gegeben. Ja, den kleinen, weil ich mir... Ah ja, genau, ich habe ja noch keinen, nicht noch Spinnfehlen dafür. Scheinern, wir haben natürlich eine Minen, der ich war auch keine Gesammelt. Ha, 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 ha. Wieviel brauchst du denn noch nicht? Wieviel brauchst du? Ich gebe dir auch 8 Wolle. Wieviel brauchst du? Sieben. Ne, warte mal mehr. Ach, ich habe gerade noch Leder dafür. Ja, okay, hat sich schon ledig. Leder hast du auch keins? Nicht dafür, ne. Äh, dafür brauchst du wieviel? 16. Du hast echt zehn, ich habe 13. Okay, pass auf, ich mach den, ich mach den Vorschlag. Ich gebe dir Spinnfäden. Wieviel brauchst du noch drei brauchst du? Ne, doch. Und drei Leder. Hast du? Willkommen mal zu dir. Und, du, 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 du. Ja, komm rein. So. Erstmal, ähm, das hier. Und das hier. Ja. So, und. Hast du zufälligerweise, äh, äh, Zuckerrohr? Ja. Ich bräuchte noch, äh, ein bisschen Zuckerrohr. Äh, Puppi! wie viel Zuckerrohr kann ich mir dafür geben kann ich gleich geben wo bin ich gerade in mein Zimmer reingekommen so äh das ist das Zuckerrohr Zuckerrohr habe ich noch irgendwo bei mir drin wie viel brauchst du ähm was du mir geben kannst im Moment habe ich nur einen aber warte eine? ja in meiner Truhe hatte ich gerade mal einen warte aber du hast schon welche angebaut hier natürlich so ein Stück danke also ist sogar warte einer weniger einer weniger insgesamt gegeben hat an Leder und ok warum steht denn nur eine Truhe mit Lama und allem ach so war dein Obsidian Generator ja ich weiß es war doch die Obsidian fahren die ich gebaut habe ja ja wir müssten mal oder ich müsste mal langsam und hier und sein Ding zweiter bauen war unser Portalraum ja damit weil ich dies mal in den Nassau können ja dann mach mal dann mach mal dann mach mal für den Portalraum zuständig nicht ich ja komm mal ja so ja ich weiß es ist so ein bisschen wieder meckern äh nö kann man nicht aber du machst das nicht schön ja ja ist so 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 ladys und gentlemen jetzt können wir endlich mal vernünftig hier was bauen das war dann so ok moment mal kurz so